Gut. Da trifft mich natürlich die Axt. Ist ja sowas von... Knospunk, ja. Oh weh, oh weh. Also ich kann mir vorstellen, vielleicht... In diesem einen Raum da ganz rechts. Aber ich weiß es nicht. Schauen wir noch mal einen Moment weiter. Da hinten war auch noch ein Korridor. Wo es nicht weiter ging. Okay. Hm 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 hm. Ich bin einเสieber. Ich bin ein hypnotischer Typ. Ultra-Mega-Netzug-Scheiß-Geibner hier ... ... Da sieht man, ich konnte auch nichts weiter. Ich kann jetzt auch den Kippen hier schieben. Ich treffe natürlich gleich wieder auf eine scheiße Rüstung. Und bekomme eine Energieerweiterung. Okay, das war auch nicht das, was ich unbedingt wollte. Haben wir den Raum. Von der anderen Seite... Ist auch wieder ein Raum. Nein, ist wieder ein Zwischenraum. Okay. Spielen wir jetzt quasi den Buchenden. So, ein Portal haben wir hier auch wieder. So, jetzt sind wir wieder da. Schauen wir auf unseren Plan. Dort unten haben wir ein Portal. Gut, sind auch noch sehr schön. Wir sollten eigentlich auch kurz bleiben. Denke ich. Da wollen wir gar nicht hin. Die Tür eben konnten wir nicht durchschreiten. Das wird seinen Grund haben. Tja, Portal. Gut, dann sehe ich hier erstmal nichts, wo man weiter kann. Dann können wir nur wieder das Portal nehmen. Gut. Das ist ja auch wieder das, wo wir eigentlich letztes Mal rausgekommen sind. Das verstehe ich alles nicht. Das verstehe ich alles nicht. Tja, Leute, ich bin ein bisschen ratlos. Da unten hatten wir noch einen, wir könnten uns jetzt und lassen uns jetzt da runterfallen, ganz zum Anfang. Das kann ich dann leider auch nicht machen. Und, okay, hier sind wir jetzt. Damit ist das. Aber das bleibt einfach nur durchkommen, ganz unten. Damit bleibt erstmal nur durchkommen. Das kommt, ganz unten. Betten wir jetzt nicht vom Boden getroffen. Ähm... Gerade aus. Jetzt geht es weiter, dann gab es die Tüße zwischen den Sputaten. Oh, wie sieht man das wieder für Gegner? Ich kann nicht mal nachgucken, Scheiße. Da gab es wieder mal nur Herzerweiterung, das ist grausam. Dann konnten wir links unten in einen Raum und dann geht es wieder nach rechts weg. Okay. Pfff. So, jetzt ist er noch oben weg. Oder bitte in der Kontinie nicht lang. Bis jetzt. Aber hier wird es wirklich gut bleiben. Ja. Da gab es hier nämlich einen Viecher. Hier gab es nur einen. Also geht es wieder zurück. Okay. Und wir versuchen oben durch die Lücke des Raumes, äh, dem Ausgang des Raumes zu kommen. Das war hier. Dort. Lassen wir uns runterfallen. Und können dann zwei Türen, zwei Ebenen weiter oben. Ja. In einen Raum, wo wir nicht in die höchste Anhöhe gekommen sind. Oh, na super. Ist ja toll. Du bist genau. Auch. Wie war ich noch hier? Perholt. Oho. Du bist genau schief. Einfach weggeboxt. Das hat uns halt auch nicht vorwärtsgebracht. Ach, scheiße, ich weiß nicht, dass die T-T-T. Und sind hier. Ich hatte das Gefühl, bei der Einstellung war mir dann vollkommen richtig. Wie geht's der Erstmal? Das ist ein vor Ort, der ich nicht fertig bin. Nicht nur die Entstehzen im Raum. Aber immer wieder ein Abwandt. Wie geht's am 1 bis zum Abwandten? Ich bin ein Abwärtsgeist. Das war's. Was im Abwärtsgeist. Ich habe für danach die Ordnung. Kam erbar sich um Abwärtsgeist ein. Das ist schon ein Abwärtsgeist. Ja, das kann ich mir. Oh, das ist nur ein Abwärtsgeist. Das war's für heute. 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 Bis dann.